So Leute, wir schauen heute Twitch Clips Germany und zwar die Folge 164, besten Clips der Woche. Ich freue mich drauf, ich war eine ganze Woche weg und deswegen möchte ich alles sehen, alles, alles. Und ich hoffe ihr auch. Ich würde sagen, let's go. Willkommen bei Twitch Clips Germany. Twitch Clips Germany. Hey! Schaut auch gerne bei React Clips Germany vorbei. Da gibt's Reacts von verschiedenen Streamern zu den Folgen. Link in der Beschreibung. Aber es sind alles sehr nette, höfliche Leute gewesen bisher. Aber hier, Eule. Wir haben hier Gleis 9,3 Viertel von Harry Potter. Wie gut ist das denn? Ich schreibe mal kurz auf. Wir müssen, da muss es durchlaufen. Nein! Nein! Wie gut ist das denn? Ich kann das nicht. Cool. Würfel schneiden. Aber man kann doch einen platt Schinken mit dem Würfel schneiden. Ja, dann denkst du dir Würfel. Hä? Du weißt doch, was ein Würfel ist. Ja, ich denke mir jetzt, dass der Schinken zu Würfeln ist. Ich denke mir, dass der Schinken auch schon mal anmacht. Wie lange brauchen wir denn damit da? 15 Minuten. Ah ja, das können wir ja dann machen, wenn wir die anderen essen, ne? Aber da passt ja keinen Teller rein in seinen Dampfgaber. Das machen wir jetzt. Ich denke mir, die Dinge würfeln. Funktioniert aber irgendwie nicht. Bin genau da, wo ich sein möchte. Da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. Wow, er ist hübsch und dumm. Scheiße, voll mein Typ. Oh. Hi Gino, ich bin's. Melde dich doch mal bei Marty. Schau mal, was ihr so am Wochenende macht. Heiß Block. Heiß Block. Ach, weißt du was? Ich probiere es mal. Probieren geht über Studieren. Wut, wut. Jüt. So far, so deep. Jetzt ist der Müll. Ach, der Mülleimer. Ich trage euch jetzt einen Clip-Trick, wie man Schluck auf wegbekommt. Und zwar müsst ihr Druck auf euer Zwerchfell machen. Es ist wie Bauchmuskeln entspannen. Klappt super. Also ich kenne das mit Luft anhalten und schlucken. Also du hältst die Luft an und schluckst die ganze Zeit. Oder jemand erschreckt dich. Oder du denkst darüber nach, was du vorgestern gegessen hast. Wir sind endlich fertig mit dem Projekt. Wollen wir schon? Und damit herzlich willkommen zu den Twitch Clips Germany, meine lieben Freunde. Alter. Die erste Fragen. Welche Rolle bist du denn? Bist du Evil Gesser? Ich bin nicht Evil Gesser. Sondern? Jetzt musst du deine Rolle kollen, damit du vorher rausgehst. Das interessiert mich, ob das wahr ist. Nee, war nicht wahr. Er war Evil Gesser. Ach so. Boah, ich hasse dieses Eis. Das ist dieses tiefkühl-Wassereis, ne? Das ist so furchtbar. Da musst du wieder lutschen, um diesen Saft rauszubekommen. Du bist die ganze Zeit nur am rumlutschen und willst den Saft haben. Und am Endeffekt kommt nur dieses weiße Zeug. Das ist so, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und wenn du zu dolle machst, reißt du dir die Mundwinkel auf. Halt diesen beschissenen Plastik! Um das mal kurz weiterzuführen. Well. Okay. So. Oh, ja, das habe ich auch schon. Das sieht viel, viel besser aus, ja? Ihr müsst mir jetzt was sagen. Das hatte ich auch schon. Ist das Bild... Das sieht schon das Puffe aus, ne? Ich mache mir Sorgen um den Kuchen. Nein, Kuchen, nein! Was macht? Nein! 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 Mein Kuchen! Der Kuchen gehört jetzt zum Stuhl. Na, bin ich... Entschuldigung, ich muss dich gerade ein bisschen... Oh Mann, warum bin ich so schlecht, ey? Jetzt habe ich mich bei Mario Kart auch gerade gefühlt, Katja. Äh, gefragt. Well. Okay. Ich weine auch nur ein bisschen innerlich gerade für die Aktion. Es ist echt kein... Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Es ist so schw... Es sieht aber auch voll schwierig aus. Hier bist du. Nein! Was? Ich dachte, ich bin im Ziel. Da ist noch eine... Es ist gut. Was ist das eigentlich mit unserem anderen Spiel? Ah! Oh mein Gott. Oh Gott. Katze! Ich habe gerade Zoppies, einige Zoppies gedacht. Was tue, bist du mir leid? Süß! Süße Katze! Super sweet! Super sweet! Guckt sie euch an. Ist sie nicht absolut süß? Ist sie nicht absolut süß? Süße Katze! Ich habe gerade Zoppies, einige Zoppies gedacht! Was tue, bist du mir leid? Man muss dazu sagen, ich habe mal Geoguesser gespielt. Und das war dieses Ding, wo man Denkmäler und Sehenswürdigkeiten und so halt schnell erraten muss. Und ich klicke wo rein, sehe einen Doppelstockbus und mein erster Gedanke ist, oh, ein Doppelstockbus, das ist bestimmt London. Dreh die Kamera um 180 Grad, das ist einfach direkt am Alex vom Fernsehturm. Und ich habe zu der Zeit schon in Berlin gewohnt. Ups. Eins. Na, na. Hey! Katze! Ah! Ah! Ah, der Hammer ist auf meinen Fuß gefallen! Au! Tatsächlich ist der Tisch gerade. Tatsächlich. Ist der Tisch nicht mehr gerade. Naja. Warum? Warum? Also... 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 Wa... Well... Du nimmst die Zwiebel und während du schneidest, streckst du die Zunge raus, denn der Zwiebelsaft setzt sich an die erste feuchte Stelle, die er findet. Deshalb strecken wir einfach die Zunge raus und nur dafür sorgen, dass die Zunge immer nass ist, dann passiert alles nicht. Das ist perfekt. Das funktioniert einfach prima. Danke schön, dass du die Werbung angeguckt hast. In der Zeit kannst du... Nein! Mein Salat! Oh mein Gott! Nein! Es ist schon wieder passiert. Es passiert mir nur noch sowas. Siehst du, dafür hat sich das gelohnt. Also nein, mein allererstes Mal war... Ich glaube letzte Woche Montag. Und dann halt den Samstag mit euch. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig und also ich werde es auf jeden Fall nochmal bestimmt machen, weil die Leute waren alle sehr nett, sehr sympathisch. Du sollst dich verpissen! Und so weißt du? So, jetzt ist er weg. Für immer. Gehört er zu uns? Eigentlich schon. Wir gehören zusammen und er gehört auch zu uns. Als ob das Viechtern stirbt, das Riesending. Ja, das war dein Ding gebunden. Oh, der ist hier reinge... Oh. Help me! Hä? Achso! Oh, shit! Oh man, der denkt jetzt, wer wäre noch dümmer. Oh Gott, das ist peinlich! Oh, ist das peinlich! Alles. Auch. Verschwinde. Ich sehe also alles von euch. Sogar... Dicks! Oh, Candybo, du weißt, wie wichtig! Der Löt ist aber auch wirklich gut, oder? Der ist schon wirklich gut! Die gute Calcium-Versorgung. Calcium ist, meine Damen und Herren, eine gute Calcium-Versorgung! Und das ist es besser als frisch gezapfte Milch! Also die sind ein paar Clips dabei! Weiß ich nicht! Genau, Tim. Genau, genau. Das ist das, wo ich mir so denke. Warum? Warum? Gut, gut. Ich muss Kohle verdienen. Ich darf keinen Quatsch machen. Ich bin geblitzt worden. Das ist 5.000 Euro. Fall, fall ins Verderben. No. Mit diesem Satz meinte ich nicht mich. Selber meck den Jinks. Ich kann das in dieser Vorderzange. Oh Gott. Wie alt bist du? Wo bist du? Kannst du mir ein Zeichen geben? Oh Gott. Oh, bist du dumm eigentlich? Oh Gott, ich hätte mich eingetintet. Ich hasse dich, Mensch. Oh, das ist so fies. Das ist so fies. Das Ding ist halt, ne, bei Phasmo, ich nehme meistens auch immer die Spiritbox, ne, und jedes Mal denke ich mir, wenn ich frage, bist du hier, bitte antworte nicht, bitte antworte nicht, bitte antworte nicht, bitte antworte nicht. Weil das ist schon immer so, es ist das gruseligste überhaupt, wenn, weil das einmal hatte ich für mich gehabt, einmal hatte ich es gehabt, dann frage ich es so, wo bist du, bist du hier, wo bist du? Und auf einmal höre ich so, behind you. Und ich so, okay, ich bin raus. Ich bin raus. Und ich bin einfach nur noch rausgerannt. Es ist so schlimm. So schlimm, ey, wirklich. Oh Mann, ey. Das war ich ein Game. Oh, bist du dumm eigentlich. Oh, ich hasse dich, Mensch. Wie lieb auch noch so reagiert, ne. Wie lieb. Gibst du einfach zu weit, du wolltest mich einfach töten. Aber diese Menschen, die einen töten haben. Oh. Was ist passiert? Was ist da explodiert? Oh, Entschuldigung. Jetzt höre ich dich nochmal. Entschuldigung. Ich frage mich auf, was war das? Irgendein Motor, der komplett... Äh, ja. Alter. Du mit deinem kleinen Munter wirst komplett aus. Ja, bei mir passt gar nichts rein. Ähm. Okay. What the fuck? Mein Gott. Alter. Was ist lastig? So. Und das ist so ein Ding. So jemand kommt in diese Lobby rein, malt mit. Und es ist ein fucking Passbild von dir. Alter. Alter, mit gar... Imagine. Imagine. Mit... Bei Garthic Phone. So... Das meinte ich eben, ne. Solche Bilder. Das ist krank. Das ist... Das ist... What the heck? Wie viel Skill willst du haben? Laura Furby so, ja. Doch, davon habe ich einiges. Alter. 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 Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Da leg mich aber eigentlich das gut aus. Das ist voll schön. Das ist voll schön. Heftiger Scheiß. Ey, das ist halt diese Aufregung dann halt, ne. Wenn man dann das alles so aufdeckt halt. Und dann... Es kommt... Es ist auch immer so. Es kommt ein geiles Bild. Denkst du, boah, voll schön. Oh mein Gott, hier die Farben, da, das... Der Zeichenstil, alles spielt da rein. Das nächste denkst du, oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass. Und dann das nächste und das nächste und dann sitzt du und dann denkst du dir so, alter. So viel schöne, talentierte Künstler. Legst mich am Ohr, ey. Wahnsinn. Schön. Entmalt mit. Und es ist ein fucking Passbild von dir. Mhm. Oh. 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 Entschuldige. Oh Gott. Es hat funktioniert. Es hat... Matteo hat mal wieder erfolgreichen Stream zerstört. Wie könnte es auch anders sein? Was? Drei Kokos, zwei Bananen, eine Rote. Drei Bananen, einer Kokos. Ne, drei Kokos. Wie viel Kokos? Drei Rote, zwei Bananen, einen Kokos. Drei Rote. Gut. Ey, darin bin ich auch so schlecht. Was ist... Was? Er ist geschnitten. Er ist... Er ist wortwörtlich geschnitten worden. Du scheiße, mein Treffig, Bruder. Was ist... Warum ist da eine Toilette? Und... Und... Warum ist da eine Toilette? Ich meine... Ist bestimmt nötig, aber... Aber... Warum ist da eine Toilette? Und warum kommt da ein Kabel raus? Und warum liegt da Brokkoli? Jetzt noch die Frage, warum er keine Maske auf hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man muss... Man muss alles mal gesehen haben, Leute. Mir geht nicht so jeder gute Porno. Oder? 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 Das ist dann eher so... Weiß ich nicht. Okay. Na gut. Lass mir das mal so stehen. Du scheiße, mein Treffig, Bruder. Ja. Wir brauchen 500 Milliliter. Dann nehm ich 250. 100. 100? 100? Au! 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 Die Schrecken sind furchtbar. Ich muss... Ich muss pissen. Ich krieg hier mehr ein. Wieso muss ich jetzt pissen? Au! Hier. Ihr legt noch. Sicher? Ja, ja. Ich bin noch nicht so sicher. Okay. Dann komm runter. Au! 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 Da klebt das! Klebt das! Klebt das! Das funktioniert? das war der stichwort zum rauchen scheiße ich verschluck mich mal einmal im monat mit mindestens an meinem eigenen spucke ich kann auch einfach jetzt schlafen wie eine kleine brezel ich vielleicht will der helfen bist du neuer praktikant ist das nein ach so was jetzt von meiner tierlist vor freude macht durst diese das ist aber auch so schmutzige kack ich meine werbung schön und gut dann ist es halt da scheiß drauf kann man irgendwie ignorieren aber wenn auf einmal wenn auf einmal diese videos losgehen mit der lautstärke von weiß ich nicht grausam 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 das können auch nur leute die maximal 1 30 sind da drauf legen weiß ich nicht ich bin jetzt 155 aber gut die nobel chairs haben auch eine riesige sitzfläche sie sieht aus wie eine kleine baby brezel wie eine kleine tue die nicht weh manchmal manchmal vergesse ich dass ich schon echt alt ich muss einmal morium rufen ich muss raus guck mal ich habe brüste das sieht schön aus das sieht sehr schön aus weil sie hat praktisch oh god looking for the phone die mich für 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 die mich Armes Headset. So sieht mein Headset auch aus. Echt? Ich hatte, glaube ich, auch mal. Waren das Kopfhörer oder Headset oder so? Wir sind auch damals, die, die... Wo es noch keinen Bluetooth gab. Also da gab es schon Bluetooth, aber keinen Bluetooth-Kopfhörer. Die hier reingesteckt habt. Und dann musstet ihr teilweise den Kopfhörer so ums Handy herum wickeln. So rum wickeln. Und irgendwann habt ihr wieder was gehört. Und dann musstet ihr es mal so festhalten, dass ihr überhaupt noch was hören könnt. Ja. Liebe Fast-Paced-Deathmatch-Gap. Ich glaube, du machst mehr Team-Schaden als Normal-Schaden. Bruder, ich will nichts hören. Bruder, geht ja nicht darum, dass ihr verreckt, sondern... Team-Schaden. Sie unterhaltet euch derweil, während ihr nicht mal die Hände waschen geht. Erzähl ihnen irgendwas Lustiges. Oh, süß. Oh. Oh, der Blick war ja mal richtig, guck mal. Süß. Ich bin ja, wie gesagt, eher der Katzenmensch. Aber bei solchen Houten geht mir echt das Herz auf, ne? Das ist schon super cute. Das ist schon super cute. Oh. 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 die wäre stürmer ganz genau da war doch was in der tue oder ich habe so eine Hand. Ich so, warum sieht sie die Hand denn nicht? Warum macht sie nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Easy. Easy. Easy peasy. Not bad. Leute, was ist das eigentlich? Und der war kurz vor dem Safe-Sing. Ich kann den Kotzen. Nein. Scheiße. Schatz, ich hab Zeit. Zeig den Ring. Mach das nicht mit deinem Daumen. Oh, das ist eklig. Schatz, nee, das ist so, oh, wenn er das macht, während man seine Hand festhält. Das ist so bar. Hä? Oh Gott, macht Olli. Nein. Mach das nicht. Uh. Oh, damit hat er mich. Chat muss los, wie sie... Nein. Das ist... Das ist nice. Das ist so, oh, ii. Hä? Was ist da los? Was passiert da? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ja crazy. Das sieht total... Okay, weil in dem Blick sieht es auch ein bisschen psychos aus. Aber Respekt. Wenn er das macht, während man seine Hand festhält, das ist so bar. Iiii. Oh Gott, macht Olli. Nein. Mach das nicht. Das kann ich so ein bisschen, glaube ich, oder? Nee, nicht wirklich. Damit mir sich das so ein bisschen ankommt. Da brauche ich noch ein bisschen Übung. Wiggle, 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 wiggle. Nee, funktioniert nicht. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich bin... Ich bin... Ich bin begeistert. Crazy. Crazy. Oh, damit hat er mich. Chat muss los, wie sie... Nein. Das ist... Das ist nice. Ist er? So, Action. Passend, Deepio. Schalt es ab. So, ich meine, guckt euch mal bitte meine Augen an. Sehen diese Augen vertrauenserweckend aus? Wirklich? Ja, doch schon. Aber sehr geiles Cosplay wieder. Sehr, sehr geiles Cosplay. I like, I like, I like. Sehr schön. Sehr schön. Vertrauenserweckend aus? Wirklich? Sehr, sehr cool. Es ist ein lockten Locker. Okay. Ah! Ernsthaft, jetzt? Er ist auch fies. Ich liebe es! Mann, ich habe es! Ich habe es! Und nochmal, ich werde dieses Spiel niemals spielen. Visage ist auf meiner schwarzen Liste. Das wird nicht angerührt. Das wird nicht... Nein, gar nicht. Gar nicht. Für kein... Für nichts auf der Welt. Für nichts auf der Welt. Für nichts auf der Welt würde ich Visage spielen. Alter, das ist das... Das ist... Das ist... Nein. Nein, 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 nein. Warum spielt man das dann überhaupt? Das ist... Das ist... Das Spiel würde mich... Weiß ich nicht. Das würde... Nee. Nee, nee, nee. Ich liebe mal. Mann, Mann! Wieso baut man sowas? So mal, ich möchte deine Käppi noch hier vorne kurz hinlegen. Das ist so unangenehm, Alter. Bei mir steht noch ein Wäschepack, der müsste gewaschen werden. Was? Peel's Meat. Leckt mich am Arsch. Peel's Meat. Das ist Wahnsinn. Peel's Meat nicht an Gänsehaut. Das ist der absolute Wahnsinn und Ehre. Ich lieb euch, Leute. Süß. Süß. Hört man das bei Discord oder wird das rausgefiltert? Ich hör grad nichts. Okay, jetzt hör ich was. Süß! Warum riecht der Dingsabonzer da oben denn jetzt kein Wasser auf? Ach, da muss noch ne Batterie rein. Süß. Schwer hab ich auch im Bett. Oh Gott. Oh, tiefer, nein! Oh, tiefer, nein! Gescheit, nein! Nein! Hahaha! Okay! Ich kann hinten rein! Bitte das jetzt nicht aus dem Kontext nehmen. Es gibt hintereingang, das wollte ich sagen. Auch das nicht aus dem Kontext nehmen! So, ah ja, hier. Einmal Hallo! Hahaha! So, sie war jetzt kurz da. Tschüss! So, sie war jetzt kurz da. So, sie war jetzt kurz da. Und die Uhr. Habe ich mich gerade von meinem Kopfhörerkabel erschrocken? Vielleicht. Oh, bei mir ist aber auch so, wenn ich draußen bin oder so und irgendwas kribbelt, ne? Bekomme ich sofort schon Panik, ne? Ich habe halt extreme, extreme panische Angst vor Westen. Und jedes Mal, wenn irgendwas kribbelt, denke ich mir so. Und dann sind meistens zu 90, nein, zu 99, zu 99 Prozent sind meine beschissene Kackhaare. Die da irgendwo rumfusseln. Kopfhörerkabel erschrocken? Vielleicht. Ein Zahn von mir ist dunkler? Was? Welcher Zahn ist dunkler als alle anderen? Ich glaube, ich habe keinen Zahn, der dunkler ist. Oder? Oder? Ja, weil das war ja nur eine Prothese. Und dann kamen immer Leute rein und meinten so, hä, warum ist der eine Zahn dunkler? Ich finde, selbst wenn der eine Zahn dunkler ist, warum muss man denn die Leute mal darauf ansprechen? Ich finde das immer super unangenehm so, was, was erwarten die denn? Ja, habe ich mir angemalt? Oh Gott, oh Gott. Lass doch den einen Zahn dann dunkler sein. Solche Fragen sind so unnötig. Oh mein Gott. Grausam, grausam. Es ist halt so eine unangenehme Frage, die du in dem Moment eine fremde Person so fragst. Frag doch lieber, hey, wie geht's dir? Was machst du so? Was machst du in deinem Stream? Was ist dein Lieblingsspiel? Was ist dein Lieblingsanime? Aber warum denn... Warum ist denn dann einer Zahn dunkler? Ja, es wird schon seinen Grund haben. Es wird schon seinen Grund haben. Um... Um da eine Batterie zu... Die Totenstadt war aber die davor, ne? Ich lieb so sehr. Ja, hack's Bein ab. Das brauche ich nicht, bin überbewertet. Hör dich hin. Ich brauche dich. Aber was für eine absolut coole Prothese. Wie schön ist die denn? Die ist voll geil. Alter. Richtig schön. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Finde ich nice, dass man das so was... Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob man die dort vor Ort schon machen lassen kann oder ob es irgendwelche Leute gibt, die das verlieren oder so. Finde ich nice. Finde ich sehr cool. Viel angenehmer. Wow, da wollte ich's piech wieder. What the fuck heuer? Was bist du? Eine Matte. Da, so sieht ein Herzluftballon aus, wenn er klein aufgeblasen wird. Wie ein Teufel. Verstehst du, warum es nicht funktioniert? Alter. Jungs. Hier können wir erster werden. Ohne Scheiß. Nein! Hä? Ey! 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 Ernsthaft? What the fuck? Nein! Was ist das? Ja, das war bei mir übrigens auch grad so bei Mario Kart. Ähm. Der Controller hat halt manchmal nicht ganz funktioniert. Das habt ihr halt nur nicht gesehen. Mhm. Manchmal hat er nicht ganz funktioniert. Und das wollte ich halt nicht sagen, weil sonst heißt es wieder, ja Kitten. Das sagst du nur so. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, kann ich euch das halt auch sagen. Bei mir war das gerade halt, als wir Mario Kart gespielt haben, war das halt auch ganz oft so. Genau. Die Controller machen halt manchmal, was sie wollen. It is what it is. Nächstes Mal nehme ich halt einen anderen Controller, wenn ich einen finde. Nein. Das funktioniert nicht. Ja, ja, ja. Ja, die Zunge. Ja, die Zunge. Wie ein Frosch. Na komm. Ja. Oha. Du weißt, du willst es auch. Los, du willst es auch. Tschüss. Ja, Brian. Ich mein. Man sieht diese Liebe zwischen uns. Ich will jemanden haben, der mich so wie dieses Nike Logo ansieht. Was? Abonnier, tschüss. Oder ihr seid alle Hutverschwörer. Ja. Genau, Leute. Abonniert Twitch Tips Germany. Abonniert auch gerne diesen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch einen Daumen nach oben gebt. ein bisschen was in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nicht getan habt, und ja, schaut euch noch mehr Videos von mir an, ich würde mich sehr darüber freuen, bye bye, keine Ahnung.